Ja, einerseits sind wir ja hier in der forschungsstärksten Region in ganz Europa mit all den Einrichtungen Ostfalia, TU, Helmholtz Zentrum oder auch die HBK, was auch eine sehr große Diversität an Disziplinen bedeutet. Andererseits gibt es unfassbar viele KMUs jetzt schon, die auch als Hidden Champions da sind und die wirklich bedeutend in der Wirtschaft der ganzen Welt agieren. Und das birgt für uns persönlich natürlich auch das Potenzial, ganz, ganz viel Wandel, ganz, ganz viel Innovation mit anzustoßen und ja, so für uns als Firma auch zu wachsen.